Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das DAX-Analyse für Montag, den 14.12.2020. Und zum Freitag hat sich unser DAX auf jeden Fall mal vom Boot runtergehauen, ist aus der Range rausgekippt. Der Bulle, den wir zum Donnerstag noch gesehen haben, der hat sich hier jetzt gänzlich verabschiedet und ist mal baden gegangen. Und das soll jetzt nicht ganz indikativ sein für das, was Montag kommt, aber wir haben zumindest unten raus eine gute Vorlage, auch wenn das anders kommen wird, als vielleicht dem einen oder anderen das lieb ist. Und da muss ich das auch gleich vorweg sagen, es ist auf jeden Fall so eine Tage, die mag ich nicht, zu analysieren, einfach dessen, weil es so ist, dass sehr, sehr, sehr viele die Videos halt gucken, um genau zu hören, was sie eigentlich hören wollen. Und sobald ich das nicht sage, dann werde ich angepöbelt und bekomme dann fette viele Gefällt mir nicht-Button oder Klicks und so weiter und so fort. Und weil die Leute halt einfach der Meinung sind, dass die Nachrichten irgendwo im Markt doch auch ihre Berücksichtigung und Rechtfertigung finden müssen. Das ist aber nun nicht immer so. Und das ist meine Aufgabe als Analyst, da neutral einfach drüber zu gucken und das auch ein bisschen zu ignorieren, was drumherum passiert. Solange wir die Signale nicht sehen, solange wir das im Handel nicht sehen. Das Gute ist natürlich, dass jetzt momentan hier die Signallage durchaus auch nach unten auftritt. Das heißt, wir kriegen Chancen, aber wir müssen trotzdem versuchen, so neutral wie möglich zu sein und nicht jetzt, weil man vielleicht ab Dienstag im Lockdown ist oder wie auch im Homeoffice oder keine Ahnung seinen Job verloren hat, dann das als primären Antriebsgrund für eine Positionierung zu nehmen. Und da muss ich auch schon sagen, ich habe es im Chat geschrieben bei uns auf der Seite, kann ja jeder kostenlos auch reingucken, money-monkeys.com. Den haben wir ja öffentlich, den Chat, das ist ja nicht nur für unsere Premium-Mitglieder. Da haben wir schon hier unten geschrieben, 13.40, 13.50 habe ich schon geschrieben am Freitag. Meine Güte, so ei, 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 mir gefällt das nicht. Alle Short, alle nur Short-Rinner. Jeder ballert mich voll mit Infos von rechts und links. Er geht Short bis 12.000, er geht Short bis 11.500. Das wird tiefer fallen noch als im März. Lockdown wird kommen, es kann nur fallen. Ich wurde regelrecht bespammt mit solchen Informationen von rechts und links. Da habe ich mir gesagt, Vorsicht, Vorsicht. Es ist häufig dann so, dass der Markt da nicht direkt das dann auch bedient, was die Leute da wollen. Also momentan sieht das noch ganz gut aus. Technisch haben wir auch nach unten noch Fenster offen und es sieht sogar auch aus, wie jetzt kriegen wir am Montag noch einen Abwärtswelle. Aber mir gefällt es nicht, dass die Überzeugung so hoch ist, weil in der Regel läuft der Markt immer dahin, wo die Leute nicht so überzeugt von sind. Also der macht das ganz gerne, dass er das Gegenteil einfach davon macht. Und ich habe ihm das oft genug gezeigt, wir haben oft genug auch darüber gesprochen, nicht damit sie long gehen, wenn ein Lockdown kommt. Das verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es geht einfach darum, dass wir uns vor Augen halten, was machen wir bei technischer Analyse. Handeln wir die Nachrichten oder handeln wir nicht die Nachrichten? Und ignorieren wir die oder ignorieren die wir nicht? Und wenn wir jetzt mal einfach in den März gucken und uns nochmal vor Augen halten, wann kam denn der Lockdown? Wann war in Deutschland was zu Corona wie gewesen? Können wir eigentlich nur sagen, dass in dem Moment, wozu war, der Markt gestiegen ist? Ja, das heißt am 22.03. Ja, am 22.03. gab es Kontaktverbote. Ja, das 22.03. war der Sonntag zu dem Tag. So, ja, das war der Tag, der Handelstag, der danach kam. Okay? Am 17.03. ging quasi dieser Geschäftesschluss, Lockdown rum. Das war hier. Das war hier. Das war nicht hier oben. Und das wissen eigentlich alle. Und trotzdem gehen Sie jetzt davon aus, dass jetzt, wo dieser Lockdown kommt und jetzt, wo vielleicht wieder Kontaktbeschränkungen kommen, dass der Markt jetzt diese Bewegung nochmal machen muss. Der Markt preist aber immer die künftige Erwartung an. Und die kann zum Beispiel auch sein, dass man sagt, okay, geil, jetzt kommen neue Fördermittel. Jetzt geht es nur darum, wie viele kommen, weil die bestimmen, wie weit steigt es jetzt. Ja? Also ich will Sie nicht dazu jetzt bringen, Shorts abzubrechen. Ich will Sie auch nicht dazu bringen, dass Sie jetzt hier Longs aufbauen, jetzt in der feinen Bewegung. Ich möchte Ihnen bloß ein bisschen vor Augen führen, dass Sie darauf achten sollen, wie kommen jetzt die Kerzen. Kommen, Rote, dann können wir da shorten, bis der Markt blutig ist. Also ich bin der Letzte, der nicht nach unten rausziehen will. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, in dem Moment insbesondere, wo jetzt alle davon auch ausgehen, dass er fällt. Und hier ist keiner davon ausgefallen. Denkt, erinnert euch daran. Wie war das hier hinten? Da hat jeder, das RKI, das Robert-Koch-Institut hat zu dem Zeitpunkt gesagt, Das ist doch nur eine Krippe. Die haben damals gesagt, die Auswirkungen für Deutschland und Europa sind gering bis mäßig. Das war die Aussage vom RKI, vom Robert-Koch-Institut. Das war die Aussage auch von allen Leuten. Das ist doch nur eine Krippe, Mensch, das erholt sich. Und bup, 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 krachtet der ganze Markt nach unten. Und erst hier unten, ich glaube auch am 17.03. diese Einschätzung vom RKI, vom Robert-Koch-Institut damals, dass das doch eine erhebliche Auswirkung auf uns haben will. Und die Weltgesundheitsorganisation hat es dann auch als Pandemie eingestuft. Aber das war nicht hier. Ja, also das müssen wir uns immer mal nochmal ein bisschen vor Augen rufen, wie denn die Kette von Information und Kurzbewegungen zusammenhängt. Einfach um uns ein bisschen neutraler im Kopf damit zu gestalten. Und eben nicht jetzt, weil wir wissen, dass jetzt am Montag ein Lockdown ist, hier volle Hütte short zu gehen, weil ja jetzt wieder so eine Bewegung kommen muss halt. Also da möchte ich einfach das ein bisschen animieren, dass wir in dem Moment, beziehungsweise dass Sie in dem Moment, wo Sie meine Arbeit nutzen, das einfach berücksichtigen, was ich hier tue. Und ich analysiere keine Nachrichten für Sie. Ich bin kein Fundamentaldatenanalyst. Das können Sie toll finden, das können Sie scheiß finden. Aber es ist, wie es ist. Das heißt, in dem Moment, wo Sie das jetzt nutzen, was wir jetzt hier besprechen, werten Sie das dann auch als solches. Und stellen Sie sich nicht hin, die Analyse ist schlecht, weil ich nicht Nachrichten beachtet habe, weil ich nicht Lockdown beachtet habe, weil ich nicht auf den SMB geguckt habe und was Ihnen sonst noch einfällt. Das können Sie alles vorwerfen. Aber wenn Sie was aus der Analyse rausnehmen wollen, dann nehmen Sie sie als das, was es ist. Und zwar eine neutrale Einschätzung der Kursbewegung, der charttechnischen Situation. Und das können Sie für sich werten. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihnen das gut tut, dass Sie Nachrichten mit hinzuziehen und reininterpretieren, tun Sie das für sich. Aber die Erwartungshaltung, dass ich das berücksichtigen muss, wäre falsch, weil dann würde ich nicht mehr das tun, was ich hier tue, sondern einfach Ihre Meinung bestätigen, die Sie vielleicht von mir bestätigt haben wollen. Das sehe ich aber nicht als meine Aufgabe. Ich sehe meine Aufgabe darin, neutral auszusprechen, was ich hier sehe, was ich denke und wo ich der Meinung bin, dass der DAX typische Bewegungen macht, die er immer wieder machen kann. Und das Gute gleich vorweg, es gibt nach unten Chancen. Ja, also das wird die ein oder anderen freuen, die jetzt hier von mir eben hören wollen, dass Ihre Shorts, die Sie auf Nachrichtenbasis vielleicht getätigt haben, dass die gerechtfertigt sind. Das ist definitiv so. Das haben wir ja auch am Freitag schon gesagt. Wer sich erinnert, da haben wir darüber gesprochen, dass das die fetteste rote Kerze ist, die wir hier in den ganzen letzten Wochen gesehen haben und dass das auf jeden Fall einen Impuls nach unten geben kann. Das heißt, in dem Moment, wo der DAX nicht oben notieren sollte, sondern vielleicht hier unten, hatten wir darüber gesprochen, dass hier eben dann Absicherungsgeschäfte einsetzen und der DAX hier unten runtergetreten wird. Auch unter dem Trigger von 200 eben noch runtergetreten wird. Und das ist ja gekommen. Das haben wir gesehen. So, und wenn wir jetzt uns angucken, wie er hochgekommen ist, ist das im Verhältnis auch zu gering. Das heißt, wir haben hier einen Verkäuferüberhang. Ob der nachrichtenbedingt ist oder einen anderen Ursprung hat, das ist für mich unrelevant. Mir geht es darum zu gucken, wo ist die Dominanz, wo ist die Marktbewegung, wo geht das Volumen hin und her und danach richte ich mich. Und wenn morgen die Nachricht kommt, dass der Impfstoff da ist und alles wird gut und Lockdown macht man weg und der Markt fällt weiter, ist mir das trotzdem scheißegal, was in den Nachrichten kommt. Wenn der Markt dann weiter fällt, dann wird er weiter geshortet. Also das einfach noch mal ein bisschen als Hintergrund, weil ich weiß, so eine Analysen an so einen Tagen kriege ich immer wieder richtig breitseite, weil die Leute oder weil die Menge das nicht verstehen will, was ich tue. Und das ist wichtig zu verstehen, damit ihr das auch sinnvoll nutzen könnt für euch, als Ergänzung zu allem, was ihr vielleicht sonst noch reinschaut. Wem das wichtig ist, der kann ja auch andere Analysen noch hinzuziehen, fundamental Analysen und so weiter und so fort. Aber meine Aufgabe ist es, hier tatsächlich neutral den Chart zu bewerten und das versuche ich so gut, wie ich das kann. Das heißt natürlich auch, wenn ich das jetzt hier so sehe, auch mit diesem Stoß nach oben, würde ich im DAX, auch wenn das vielleicht wieder dem einen oder anderen schmeckt, nicht mal zwingend einen Abwärtsgap zugestehen, wenn ich das jetzt so sehe. Die Tatsache, dass der Lockdown jetzt kommt, ich glaube, der war zum Freitag schon klar, das dürfte nicht viel Überraschungsmomentum machen. Die Tatsache, dass Brexit jetzt verschoben wurde, nimmt, denke ich, auch eher, also, ja, verschoben, das kennen wir, das ist jetzt nichts Neues. Interessant hätte ich gefunden, in dem Moment, wo vielleicht eine Einigung zum Brexit kommt, da hätte ich eine große Bewegung erwartet, die hätte durchaus auch nach unten kommen können, aber da hätte ich eine große Bewegung erwartet, jetzt wurde es wieder verschoben, das ist jetzt nichts Neues, das kennen wir alles. Ja, also, da erwarte ich jetzt keinen Impuls und wie gesagt, aus dem Lockdown erwarte ich auch nicht großartigen Impuls. Aber die Bewegung kann sich jetzt durchaus erst mal fortsetzen und hätte hier die Chance, eben nochmal kurz einen kleinen Rücklauf fertig zu machen. Der sieht noch nicht fertig aus, da kann es sein, dass noch was kommt und das wäre für mich dann eher im Bereich um 13,220, 13,200, 13,250, so in dem Drehrum würde ich den Dax jetzt eigentlich am Morgen nochmal erwarten, in dem Moment, wo er mir oberhalb von 13,140 eröffnet. Ich würde ehrlich gesagt einen Aufwärtskipp, auch wenn das total krank jetzt klingt in dem Zusammenhang mit diesem Lockdown und Brexit und so weiter, aber das ist, es ist einfach der Markt, dem ist es scheißegal, was da für Nachrichten kommt, das sieht man doch immer wieder. Deswegen, sollte der hochkommen, sollte der über 13,150 eröffnen, kann ich mir das gut vorstellen, dass wir Richtung 13,200, Richtung 13,230, 13,250 nochmal einmal ausholen, vielleicht sogar relativ früh, 9,30 Uhr oder so weiter und so weiter, in dem Drehrum, 10 Uhr, hier einfach mal reinstechen und wenn er dann umdreht, rote Stundenkerzen wirft, dann ist das für mich eine gute Ausgangslage, um nochmal Shorts zu probieren, weil wir in dem Moment dann hier auch einen Pullback haben, von unten an die letzten Tiefs dran und das macht der Dax eigentlich sehr gerne und stößt sich dann ab und dann werden auch hier neue Tiefs denkbar. Vielleicht erst mal nur eine 13,40, mehr dann zum Dienstag, muss gar nicht so viel werden zum Montag, legt er sich jetzt hier hin zum Montag, das würde vollkommen ausreichen, so viel Bewegung muss gar nicht kommen, geht aber trotzdem tiefer, wäre dann 12,69 für mich das erste Ziel und der Runter wird es ein bisschen offener. Also hier könnten wir jetzt quasi auch einen Short Trigger mit ansetzen, das heißt in dem Moment unabhängig der Nachrichtenlage, wo der Markt dann aber einfach unter die 12,69 mit klatscht, hat er nach unten einfach viel Spielraum. Also das geht bis in die 800 rein, bis auf das kleine Hoch hier bei 12,67, 12,7,45, das wären eigentlich so dann die nächsten Bereiche, in denen dann auch wieder eine Reaktion nach oben einsetzen kann. Was der Dax zum Beispiel auch ultra gerne macht, ist so eine große Gaps hier, diese Gapkante, die liegt hier bei 12,6,70, dass er einfach in dem Moment da einmal drauf schlägt von oben und sich dann wieder nach oben dreht. Das sieht man ganz, ganz, ganz oft, dass er beispielsweise hier einmal so drauf schlägt, dann wieder hochreagiert auf 12,69 und dann aber trotzdem nochmal fällt. Auch typisch. Ja, also unten sehr attraktiv momentan der Markt. Auch für den Montag haben wir schon deutliche Chancen. Wichtig ist aber, dass er unter 13,250 bleibt. Alles, was drüber geht, über 13,270, über 13,300, 13,330, das ist long. Ja, das heißt, scheißegal, da könnt ihr denken von dem Markt, was ihr wollt, da könnt ihr von den Nachrichten halten, was ihr wollt. In dem Moment, wo der Markt da drüber geht, zeigt er uns, dass ihm das Pups egal ist, was da am Wochenende passiert ist. Ja, und dann wäre es auch konsequent und richtig, dass man sich dann dem Markt und dem Volumen, was da reinkommt, anschließt und eben versucht, noch ein paar Punkte rauszuholen. Ja, das heißt, über 13,330 hat der Dax dann eben Potenzial nach oben. Technisch gesehen, wie gesagt, die gute Nachricht, das passt zu dem, was viele jetzt hier am Freitag eben wollten, auch wenn man sagen muss, dass ganz, ganz viele ja hier unten Short rein sind. Deswegen, ich fände es typisch, wenn wir hier oben ein paar davon rausrotzen am Montag und dann nicht tiefer gehen am Montag, als da, wo die meisten hier unten reingestiegen sind in die Shorts. Einfach, um die zu ärgern. Dann Dienstag kleines Aufwärtsgib, dann haben die schon wieder keine Lust mehr auf ihre Shorts und dann fällt er richtig weiter. Das würde ganz gut passen, weil das macht der Markt nicht auf, dass er mit der Masse mitspielt. Sollten wir Abwärtsgibs bekommen, sollte der Markt unter 13,40 eröffnen, sollte er auch vielleicht in den ersten zwei Handelsstunden unter 13,40 eröffnen, dann Übertreibungssignal, dann ist es ja gut für alle, die die Shorts drin haben und für alle, die Short orientiert sind. in dem Moment, in dem Moment, wo wir unter 13,40 direkt 8,9 Uhr schon landen, macht er sich Übertreibungspotenzial auf und das geht bis 12,69 und eben 12,7,60 bis 12,66 hier vielleicht, so in dem Drehraum. 12,66, 12,6,40. Das wäre so Übertreibungspotenzial in dem Moment, wo der Markt nach unten deutlich runterdrückt, aber das wäre, weiß nicht, muss mal gucken, das passt nicht so ganz auf dieses massiv negative Sentiment, was wir am Freitag da gesehen haben. Auch Euwax-Sentiment war hier unten bei minus 50. Das ist schon außergewöhnlich, minus 40 bis minus 50, das ist schon sehr außergewöhnlich halt. Das wird nicht ganz spurlos am Markt vorbeigehen. Also, mein Hinweis oder meine Empfehlung, so mache ich das halt, die Nachrichten wirklich ein bisschen einfach zurückzustellen und nicht jetzt übertrieben krass im Markt zu investieren, weil man der Meinung ist, jetzt muss was passieren wegen den Nachrichten, guckt euch die Bewegung an, schaut, wie der reagiert und dann eben mitgehen. Also, technisch gesehen ist die Ausgangslage gut, das hat man aber auch am Vortag schon gesagt, dass diese rote Impulskerze ja eigentlich das auffällig ist, weil es die größte rote Kerze ist, die wir in den ganzen Wochen hatten und wenn die weiter nach unten drückt, dann kann der Markt eben da einen kleinen Trendwechsel raus machen und er hat es geschafft, er hat dieses neue Tief unterboten und das ist erst mal gut für weiterfallende Kurses. Solange jetzt unter 13.300, 13.300, also da würde ich persönlich auch die Stops absichern oder die Shorts absichern oder vielleicht sogar ein bisschen noch an die 3.300, 13.300, 13.300 rangehen und weil ich mir wie gesagt vorstellen könnte, dass wir nochmal in diesen Bereich reinhauen, da dürfte es einige von denen rausknallen, die hier schon am Freitag in absolute Überzeugung da halt schon reingegangen sind. Da muss man ein bisschen aufpassen und nicht zu aggressiv rangehen, normal handeln, normale Positionsgröße und ich hoffe, Sie haben es verstanden, ich hoffe, Sie können das berücksichtigen, das respektieren, dass ich, auch wenn Sie das wollen, das nicht anders mache als sonst und Ihnen jetzt sage, geht mit allem, was Sie haben, verkauft Haus und Hof und geht short, weil wir haben neuen Lockdown, das kann ich nicht machen, das wäre nicht ich und es wäre auch nicht die Wahrheit halt, weil wie oft gucken Sie sich einen Tagesschart an, wie oft macht der DAX eben nicht das, was alle erwarten halt und deswegen ist es für mich wichtig, euch die Marken zu zeigen, bis zu denen ihr noch in eurer Erwartungshaltung eben dem folgen könnt, was ihr denkt und ab wo ihr da vielleicht einen Cut ziehen solltet oder wo ihr vielleicht günstiger in euren, wie zum Beispiel hier in so einem Bereich, günstiger in eurer Erwartungshaltung einfach einsteigen könnt und die Ziele, an denen sich vielleicht mal ein Teilverkauf lohnt, das sehe ich als meine Aufgabe, ich glaube, das danken mir auch die, die das wirklich verstehen und alle, die es absolut nicht verstehen wollen, was ich will, ja, es gehört halt dazu, okay, also ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg am Montag und schauen wir mal, was da reinkommt, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar nach oben starten und vielleicht sogar mit einem kleinen Aufwärts-Gap, das wäre nicht ungewöhnlich, so shortig, wie am Freitag alle waren, wäre das nicht ungewöhnlich, aber wie gesagt, unten auch alles okay und unter 13, ein frühes Unterschreiten von 13,040 wäre gut für alle, die aggressiv drin sind, weil das wäre eine Bestätigung dessen, dass die Nachrichten auch den Markt nach unten treiben wollen und dann hätte man hier unten halt Übertreibungspotenzial, aber die 13,040 ist recht wichtig dazu, okay, also, dann mache ich hier jetzt zu, ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, Tschau!